Hallo bei Phil's Philosophy. Kann das Gefühl des Fremdseins in Migration und Exil einen Sinn haben? Ich stelle euch einige Gedanken Mario Erdheims vor. Das Schicksal des Schweizer Psychoanalytikers Mario Erdheim. Er wird 1940 in Ecuador geboren. Seine jüdische Familie musste vor seiner Geburt aus dem faschistischen Österreich fliehen. Als Kind in Ecuador erlebte er zunächst, wie schwer es die österreichischen Juden hatten, nach der Flucht in eine neue Heimat, Ecuador, so etwas wie eine neue Identität auszubilden. Es gelingt nur sehr schwer, ein Neuanfang. Die Identität hängt gleichsam fest in der alten Heimat. Dann, im Alter von 13 Jahren, 1953, zieht Erdheim nach dem Tod des Vaters mit seiner Mutter in die Schweiz. Eine zweite, für ihn eigentlich die erste Immigration. Erdheim wird im Exil, in der Migration geboren. Von Anfang an ist er ein Fremder, ohne richtige Identität. Seine Community, die Wiener Jüdinnen und Juden, sind selbst Fremde. Was ist eigentlich Marios Identität? Ist er Wiener in Ecuador? Ist er Jude? Oder ist er Äquadorianer? Ist er überhaupt ein Fremder? Dann, Erdheim migriert ein zweites Mal in die Schweiz, ist er jetzt dann ein Schweizer. Weshalb Erdheim die Identität der SchweizerInnen nicht haben möchte. Hier nun wird eine entscheidende Weiche für eine neue Identität des jungen Migranten Mario Erdheim gestellt. Ausgangspunkt ist das Erlebnis der Selbstgerechtigkeit der Einheimischen. Erdheim schreibt rückblickend, den SchweizerInnen ist klar, dass sie die Besseren sind. Und sie erwarten deshalb auch Anpassung, und zwar möglichst ohne Widerspruch. Ecuador wird als Bananenrepublik bezeichnet, obwohl es doch gerade Ecuador war, das den verfolgten Juden Zuflucht bot und nicht die Schweiz. Das Problem, schreibt Erdheim, hat mit der Fraglosigkeit zu tun, in der die Einheimischen leben. Sie kennen den Riss nicht, der entsteht, wenn das Selbstverständliche einer Kultur zerbricht. Vielleicht hatte Erdheim bisher eine solide, selbstbewusste und fraglose Identität als Flüchtling in Ecuador vermisst. Doch durch seine Erfahrungen in der Schweiz sieht er diese gar nicht mehr als erstrebenswert, diese Identität. Fraglosigkeit und Selbstverständlichkeit, eine solche Identität erscheint ihm nicht mehr als richtig. Schritt 3. Erdheim gibt seiner Fremdheit, seinem Anderssein und seiner Nicht-Identität einen Sinn. Eine solche Identität ist nun kein Ziel mehr, also die Identität der Mehrheitsgesellschaft, die Fraglosigkeit. Vielmehr scheint der Riss in dieser Fraglosigkeit oder die Überwindung von Fraglosigkeit und Selbstgewissheit in einem ganz eigenen, neu entdeckten Sinn plötzlich als wertvoll. Das Fremdsein des Migranten erscheint aus dieser Perspektive sogar als Vorteil. In seiner Migrantenrolle identifiziert sich Erdheim auch mit seinem Judentum. Denn waren nicht die Juden immer und überall Migranten in der Diaspora? Er schreibt, aufgrund ihrer Fremdheit spielten die Juden in den Kulturen, in denen sie lebten, oft eine wichtige Vermittlerrolle. Die Juden erwiesen sich als treibende Kraft im Kulturwandel. Das Fremdsein hält einen Sinn, es wird zu etwas, das einem wichtig erscheint, für das man steht, mit dem man sich identifiziert. Man könnte daher auch sagen, Nicht-Identität im Sinne eines als sinnvoll verstandenen Fremdseins übernimmt hier sekundär die Funktion von Identität. Erdheim setzt der selbstgerechten Identität der Einheimischen nicht eine eigene, selbstgerechte, selbstgewisse Identität entgegen, sondern etwas anderes, nämlich eine fragile Nicht-Identität und Fremdheit, mit der er sich positiv identifiziert. Was heißt diese Nicht-Identität und worin könnte ihr Sinn liegen? In einer Gegenüberstellung können wir uns das so erklären. Identität kann heißen, Fraglosigkeit, Selbstgewissheit. Denn das Selbstverständliche der eigenen Kultur ist ja nie in Frage gestellt worden oder zerbrochen. Nicht-Identität, ein Riss in der Fraglosigkeit und Selbstverständlichkeit, denn das Selbstverständliche der eigenen Kultur ist durch Flucht und Migration und Exil zerbrochen. Identität, das eigene, ist das bessere. Sowohl die eigene Kultur ist besser als auch die Tatsache, dass man das Privileg hat, nie in Frage gestellt worden zu sein. Das erscheint einfach als stärker oder als besser. Bei der Nicht-Identität kann aber auch dieser als Vorteil erscheinen, in einem ganz anderen Sinn. Die verlorene Sicherheit erlaubt den Blick aus mehr als einer Perspektive und der kulturelle Wandel erscheint als etwas Normales. Erdheim setzt der selbstgerechten Identität der Einheimischen nicht eine eigene, selbstgerechte Identität entgegen, sondern seine fragile Nicht-Identität und Fremdheit. Er wird nicht zum orthodoxen Juden, sondern wertschätzt und lebt bewusst seine Erfahrung, dass nämlich eine grundsätzliche Sicherheit verloren gegangen ist. Was könnte uns Mario Erdheim raten? Vielleicht folgendes, wenn ihr selbst nicht Migrantinnen seid, aber vielleicht waren ja eure Vorfahren Migrantinnen, versucht einmal euch in Migrantinnen einzufühlen. Erstens, wie ist es wohl, wenn die eigene Kultur und die eigene Identität nicht mehr fraglos und selbstgewiss sind? Und zweitens, beobachtet euch selbst. Ich habe als Jugendlicher unter manchen SchweizerInnen gelitten, die Ecuador als Bananenrepublik bezeichneten und sich selbst als etwas Besseres sahen. Und drittens, seht Identität ohne Selbstsicherheit, Selbstgewissheit und Selbstgerechtigkeit als wertvoll und als erstrebenswert. Wenn ihr selbst Migrantinnen seid, aber vielleicht waren eure Vorfahren das nicht, damit will ich einfach sagen, beide Perspektiven sind immer mitzudenken, versucht einmal erstens eure erschütterte Identität auch als etwas Wertvolles zu sehen, denn sie kann immer noch eine weitere Perspektive mehr bieten. Und zweitens, beantwortet kulturelle Selbstgerechtigkeit bitte nicht mit eigener Selbstgerechtigkeit. Kann das Gefühl des Fremdseins einen Sinn haben? Ich habe versucht, Mario Airtimes Antworten vorzustellen. Ihr denkt unbedingt weiter darüber nach. Bis zur nächsten Frage bei Phil's Philosophy.